Viele Menschen ernähren sich der Umwelt zuliebe vegan. Auch Hunde hinterlassen durch ihre fleischlastige Ernährung einen enormen CO2-Abdruck auf dem Planeten. Doch ist es vielleicht möglich, sie ebenfalls vegetarisch oder sogar vegan zu ernähren? Aus wissenschaftlichen Feldstudien lässt sich ableiten, dass es grundsätzlich möglich ist, einen Hund vegetarisch zu ernähren, erklärt der Deutsche Tierschutzverbund e.V. Hier sei eine ausgewogene Zusammensetzung von Milch- und Eiprodukten, Gemüse-, Reis- und Teigwaren zu empfehlen. Eine vegane Ernährung unserer Vierbeiner gestaltet sich jedoch schwieriger, denn Hunde benötigen gewisse Aminosäuren und Mineralstoffe. Auch sind tierische Proteine für einen Hund meist effektiver zu verwerten als rein pflanzliche Proteine aus Soja und Co. Unmöglich ist eine vegane Ernährung beim Hund jedoch nicht. Wie Volker Wilke von der Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover erklärt, sei die richtige Futtereinstellung essentiell, damit der Hund mit allen wichtigen Nährstoffen versorgt ist. Hier sollte man jedoch auf keinen Fall auf eigene Faust experimentieren, sondern unbedingt einen Fachtierarzt zur Rate ziehen. AnIONALISM ASTEN ASTEN